Hallo und herzlich willkommen zu einem 1-Millionen-Münzen-Pack-Opening. Wir werden jetzt ein paar Packs aufmachen zur Zeit des Team of the Years, wie man hier unten rechts schön sehen kann im Bildschirm. Und wir gucken jetzt mal, was es für Packs gibt. Denn es müsste eigentlich jetzt Special Packs geben. Es ist 20 Uhr und jetzt sollten irgendwelche, ah ja, hier haben wir 50 K-Packs geben, die wir jetzt öffnen werden. 50.000 Münzen, go. Überspringen mal. Haben wir irgendjemand Besonderes dabei? Nicht wirklich, alle in den Verein. Woops, wie kriege ich den jetzt hier weg? Auf die Transferliste, go. So, zeitlich begrenzte 50 K-Packs, die wir jetzt nicht mal aufmachen werden. Gucken, wie viele wir da bekommen und ob hier irgendwo ein guter Spieler dabei ist. Hier ist zum Beispiel wieder nur Crap dabei. Nicht so gut. 50 K, die nächsten. Hier irgendjemand Gutes dabei. Info, 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 Info Castro. Ist nicht der beste Info, aber Info ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. So, nochmal 50 K. Irgendjemand Gutes dabei. Drogba, Ramos, Kedira, Alaba ist ganz cool auf jeden Fall. Ups, machen wir mal so. So, 50 K, die nächsten. Hier irgendjemand Gutes dabei. Nicht wirklich. So, hier bei den Vereinen. Gucken, 68.000 Sätze sind noch verbleibend. 50 K, gucken wir mal. Wieder nix. Wieder nix, wieder nix. Dann verkaufen wir mal hier. Nochmal 50 K. Inform schon wieder. Inform Ibora. Auch nicht der beste Spieler. Nicht der beste Inform, aber ganz cool auf jeden Fall. Ist ja so schön, Team of the Year zu ziehen, aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Vor allem jetzt, wo alle draußen sind, alle Team of the Year ist. Boah, zwei Informs. Alter, Totti und Joaquin. Krass. Zwei Informs in einem Pack. Wow. Alle in den Vereinen. Sehr schön. Das war ein krasses Pack. Zwei Informs. Wow. Das ist cool. Gucken. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Glück. Podolski haben wir hier. Ansonsten auch relativ viel Crap. Ich gucke, dass ich hier schnell in den Verein kriege. Crap ist auch noch ein bisschen was wert. Coralman glaube ich auch. So. 500 K haben wir ungefähr noch übrig. Die wir jetzt hier versemmeln werden. Piqué. Uh, Falcao. Nice. Keine Ahnung, wie der jetzt wert ist. Aber Falcao auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Spieler, den wir hier gezogen haben. So. 50 K. Die nächsten. Denn, gucken, wen wir hier haben. Niemand Besonderes. Leider, leider. Rest alles in den Verein. 50 K. Ah. Wieder nichts besonders Gutes. Ah. Alles mal in den Verein hier packen. Der Rest auf die Transferliste. Da haben wir noch ein bisschen Platz. So. Nächstes. Wieder nichts Besonderes dabei. Schade. Schnell auf die Transferliste packen. Ich verschwende ungern Coins. Wie man vielleicht merkt. So. 50 K. Ah. Wieder niemand Gutes. Dumbia. Und Kavachal. Vielleicht noch. Ups. Dempsey haben wir hier noch. Aber auch nichts so Gutes. Mal gucken. Viel bleibt nicht mehr übrig. An Münzen, die wir ausgeben wollen. E2. Dani Alves. Nicht schlecht. Rakitic. Van der Wiel. De Gea. Ganz cool auf jeden Fall. 50 K. Wahrscheinlich nicht wert. Aber. Nicht die schlechtesten Spieler. Wir haben jetzt schon vier Informs gezogen. Ah. Dafür sind die Millionen Münzen auch schnell weg. Hier gibt es ein besonderes Hut. Ah. Nix. Wirklich. Schade. Schade. So. Den Rest. Schnell weg. Das heißt, wir werden noch circa vier Packs öffnen. Kassias. Touré. Jaja Touré. Boah. Der ist was wert. Der ist ordentlich was wert. Jaja Touré. Krass. Das ist ein richtig schöner Pull. Ich glaube, der ist über 200 K wert. Nice. Krass, krass, krass. Bester Spieler bisher, den wir gezogen haben. Sehr schön. So. Drei Packs öffnen wir noch. Und wen haben wir hier? Rainer, Harz, Fun, Fair. Ganz gut. Aber. Nicht wirklich gut genug. So, alle Transferliste. Zwei Packs öffnen wir noch. Und dann sind eine Million Münzen auch schon weg. Überspringen wir das hier mal nicht. Mal gucken. Was wir in den drin kriegen. Inform Isco. Ja. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Unser fünfter Inform. Sehr nice. Inform Isco. Krass. Ein richtig guter Spieler. Wow. Da freue ich mich gerade ein bisschen. Fünf Informs haben wir jetzt gezogen. Kein Team of the Year leider. Aber fünf Informs. Nehmen wir das letzte Pack auf. Dann sind eine Million Münzen schon weg. So schnell kann es gehen. Nicht mal zehn Minuten. Und wen haben wir hier? Azad. Uh. Inazad. Sehr nice. Und Hummels. Krass. Sehr schön. Wie viel ist der wert? Ich weiß es gerade nicht. Und Hummels auch noch. Hammermäßig. Krass. Krass, 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 krass. Schade. Kein Team of the Year. Dafür ein paar richtig krasse Spieler gezogen. Richtig, richtig krass. Hazard, Yaya Touré und fünf Informs. Wow. Nice. Das hat sich vielleicht nicht gelohnt. Aber das waren auf jeden Fall ein paar richtig geile Spieler. Die ich dabei hatte. Und ja. Dann würde ich sagen, das war es mit diesem Pack Opening hier. Eine Million Münzen. So schnell kann es gehen. Rausgehauen. Leider kein Team of the Year gezogen. Aber ich würde sagen, nicht so schlimm. Aber gut. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Pack Opening hier. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.